Hörst du so richtig zu? Lass du dich tief berühren? Was, wenn du das jetzt machst? Richtig zuhören, dich tief berühren lassen. Denn Musik öffnet etwas. Jeder Klang, jedes Wort und jeder Ton. Musik will dich berühren. Sie will zu dir sprechen in einer Sprache der Mystik, die nur du hören kannst. Musik Und was, wenn ich dir sage, dass dich Musik und Klang wieder auf eine Reise in dein Innerstes nimmt, um dich in Ebenen zu führen, die in dem Verborgenen liegen. Musik Um dein Herz weit zu öffnen Musik Und dich an die Wunder zu erinnern, die nur du in dir finden kannst. Musik 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 Musik